Ich hasse den Torwart. Ich hasse den Torwart. Das ist jetzt die große Idee, in einen Tor umzugehen. Aber den Elber musst du erst mal machen, da ist viel Druck. Da gibt der Elfmeter, aber keine Kaffe. Was? Das ist genau mein Team. Nein, das ist nicht genau dein Team. Warte mal, wer schieß denn hier? Oh mein Gott! Er ist es einfach, der Elfmeter-Killer Trimax Khan. Gute Flanke! Jetzt kann doch was entstehen! Schon wieder ein Elfmeter-Kritten-Sieg! Ja, was ist denn heute los mit denen? Der hier ist der dritte, ich hab zwei Games, drei Elber gegen mich. Dir muss es ein Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung, das war mindestens gelb. Nö, du bist das! Unglaublich! Bei dieser Ecke auf die Fans jetzt auf die Brüche. Ohne Witz hätte ich 500 Euro draufgesetzt, dass du mittelschießt. Ich dachte, du springst. Ich bin ehrlich, ich dachte, du springst. Können wir noch 100 Meter haben, dass ich dann auch drei verschossen habe gleich? Ich habe noch nie gehört. Hallo, wo ist der Spieler? Das ist das? Oh mein Gott, was? Du hast Messi in Form? 82 Plus Spieler, jalla. Gönn. Nix sein, Wargott. Fürs Feeling. Wargott, Hayat. Ist das Toti? Ist das Toti? Ey, oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe Mbappet Toti gezogen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe gerade Mbappet Team auf die Ehe gezogen, aus der 83 Plus SVC. Ich habe keinen Bock, über die Seite zu kommen. Die andere Seite ist da gerade deutlich offen. Was? Halt's Maul! Was fallen hier für Tore, Digga? Der war nochmal komplett anders. Ich dachte nicht, dass er reingeht. Dybala, wie gut bist du? Was passiert hier bei dieser Next-Gen-Version? Die lässt sich eigentlich ganz anders... Ja, danke, dass der Gegner skippen darf, schade. Und Scoop Dön. Ja, und noch ein. Schade. Ja, auch mal ekliges Tor, schade. Oh mein Gott, ist das eklig. Wir haben auch das Glück von EA auf unserer Seite gerade, muss man sagen. Das müssen wir nutzen. Das müssen wir durch. Wir machen alle Spiele heute. Obermeyang ist es das. Fällt das Tor doch noch. Die Chance. So, und jetzt die Chance. Forsten, aber es geht weiter. Der wäre gut. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Obermeyang ist es das. Fällt das Tor doch noch. Die Chance. So, und jetzt die Chance. Biera ist echt man of the magic was ein Ball. Wenn ich das drücken kann. Perfekt. Let's go Gegner. Danach könnte man eigentlich auch mal quitten, würde ich jetzt behaupten. Ich bin keine Maschine. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, der kommt. Leute! Was war das von Tor? Oben. Das haben wir. Das haben wir. Ahahahaha! Nein. Schrecklich. was ist das? wo bin ich denn? was ist das für eine Ballannahme? was ist passiert? ich hab Chat geschaut ne, weil ich dachte Safekeeper hat wieder kommt er nicht an du krass hat ihn nicht mal angewählt und den bekommt er auch was macht mein Keeper Junge seine Spieler sind wieder schneller als meine was passiert da was passiert da was passiert da oh mein gott viel oh mein gott klipp diesen Huren so n scheiß wie viel hat der Ballbesitz? 97% geht nicht anderes Level nicht Jungs guck das Tor klipp schnell klipp schnell das kommt FIFA Deutschland das ist so ein gutes Tor kurz geht raus Walkout aus dem 75 plus Brasilien LSG tut mir leid Schatz JA 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 Jungs aus dem 75 Spielabweg oh mein gott holy fuck was? nein Boah diese Finesse Boah diese Finesse Boah diese Finesse Pfosten. Boah. Uff, Alter. Füüüüü! Den mach, Junge. Aber ich hab immerhin ne nice Eckvariante. Bewegt er den Keeper? Bis jetzt noch nicht. Trotzdem zweiter Pfosten. Und jetzt nochmal rüberlegen. Oh, yes. Oh, yes. Das hat doch wunderbar geklappt. Vor allem die Annahme von Fennansch. Absolut edel. Jetzt, Alter. oder auch nicht oder auch nicht was war das denn habe ich da gerade nur ein skill entdeckt das hat hier aber schuppen und da klingelt im kasten du bist so eine maschine ein blitz aus weiß und grau das lied haben wir lassen jetzt laufen bro man täckelt den guck mal was macht der hiero bro das ist physikalisch unmöglich der macht seinen fuß in seinen fuß der macht seinen fuß in seinen eigenen fuß durch sein bein durch wie stehst du da dieses spiel kannst du gleich klippen oh ich habe ihn gehalten wenn er reingeht oh mein gott klipp 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 oh mein gott klipp